Dass der ein S hat. Ja. Ich hab ein B, was? Krass. 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 So, ich gucke mir jetzt einmal an. By the way, nicht onstream zeigen, wie sie sollte das heute sehen. Dann öffnen wir das hier. Dann nehme ich den kleinen Sneak Peek. Wow. Ich hab's vorlange nicht mehr erlebt, dass wirklich so ein Bild in einer Stufe lebt. Oh, Mann. Alter. Bede. 30 Punkte. Wir müssen das Spiel gewinnen. Wir müssen es gewinnen. I'm hyped. Bin kurz weg. Bis gleich. Ja. Ja, vielleicht. Ich hoffe, er nimmt noch an. Wahrscheinlich aber nicht. Dann müssen wir kurz warten. Oh, jetzt ist der schrocken. Boah, das war aber wirklich. Ich hab ja wirklich irgendwann gesagt so, boah, keine Ahnung, ob wir das gewinnen können. Keine Ahnung, ob wir das gewinnen können. Keine Ahnung, ob wir das gewinnen können. Dann war es einfach nur so, krass, wir werden jetzt keinen Fehler machen. Und wir haben tatsächlich zum Glück keinen Fehler gemacht. Boah, wir sind wieder Mitte. Keine Ahnung, ich picke mal wieder Ari. Puh. Richtig hab. Hab. Richtig hab. Ich bin... Ich bin... Go, Lux. Nein. Wirklich. Ja, Riva, ne? Ich werd niemals Lux in dem Rank gehen, weil ich weiß, wie beschissen ich als Lux bin. Ich weiß, wie beschissen ich als Lux bin. Und deswegen werd ich es absolut definitiv nicht tun. Tatsächlich. Nein. Beim Besten ist es wirklich... Irgendwann, weil ich ein bisschen mehr mit ihr gelernt hab. Aber ich hab jetzt 90 Punkte. Ich hab jetzt verdammte 90 Punkte. Und ich bin so kurz davor, äh... Also quasi in die Promo zu Silber 1 endlich mal wieder zu kommen. Und... Da werd ich kein Champion. Ja, Riva, was bist du denn alles noch? Ari, Lux, Main. Mein Gott. Ich hab bewusst jetzt auch Zed weggebannt, tatsächlich. Keine Frage. Deswegen... Das ist mir viel zu risky. Echo oben. Can't play Echo. Ich hab auch nicht in einem Herfilm. No more. Ist eben low lane. Ari, Lux, Leona und bald Kindred. Oh, Kindred ist so ein toller Champion. Kindred ist so ein toller Champion. Äh? Ich überleg grad ein bisschen, Diana auszupacken. Einser, warum haben wir so immer so krummisch Jungler? Gerade haben wir Graves als Jungler, jetzt haben wir Hustier als Jungler. Was ist denn los bei denen? Ich muss gleich schon wieder auf Toilette. Liegt aber auch in der Blasenland. Und vielleicht bin ich ein bisschen nervös. Okay. Wenn er sich sicher ist... Bitte, Leute. Wir müssen das... Das ist jetzt wirklich... Ich möchte endlich wieder in die Probe. wo wir zu Silber 1 kommen. Bitte. Ich war schon lange da nicht mehr. Lange, lange nicht mehr. Es wäre wirklich ein Traum, wenn das jetzt klappen würde. Ich weiß, was gut ist. Komm, was? Jungle, Jungle loss. Ey, ganz ehrlich. Bei dem Jungle. Bei dem Jungle. Ich weiß gerade nicht, soll ich lieber auf Diana oder eben auf Ari gehen? Boah, Agent. War nicht spannend. Diana oder Ari. Ich weiß es gerade nicht, war der Combo. Ich weiß halt auch nicht, gegen wen ich spiele. Doch, ich spiele gegen Israel. Ich bin mal eben auf Toilette und ich hoffe, das funktioniert. Bitte. 何z tun so long, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hallo mein Lieber Kann mir jemand sagen, wie ich To töten soll? Mal ganz ehrlich Dein Ernst, Basti Was denn? Ist doch die Wahrheit Du bist voll gemein Löst den Jungle for the win Der steht sogar tatsächlich schon 3-0 Also von daher Hier, die 10 anderen hier halten zu dir Ich brauchte den Kill Ich brauchte den Kill Ich lasse das Hitte aber auch wie Potato Seriously Ja, das ist ein bisschen zu risky Ich bin immer noch nicht Level 9 Ich bin immer noch nicht Level 9 Okay 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 Ich werde in Sanfte Wie soll ich wissen? Ich werde in Sanfte Oh no! Sorry, Jason! Ich hab gar keine Ulti. Und die Gegner haben Gin Jungle? Ja! Also wirklich, es ist ein ganz eigenartiges Spiel. Wir haben einfach einen verdammten... Wir haben einen verdammten Lucien Jungle und die haben Gin Jungle. Jetzt hätten die sich abgesprochen. Ich weiß auch nicht, was das sein soll. Wirklich nicht. Es ist ganz, ganz eigenartig gerade. Probieren wir es auch. Ich bin auch überhaupt nicht... ...movable. Also ich hab... ...keine Schuhe! Nix! Ich kann es jetzt wenigstens ein bisschen erstmal kaufen. So, was kann ich mir denn jetzt danach? Weiß man nicht. Ich warte jetzt erstmal auf das... ...löshin Jungle geht wohl noch. Das... ...das hat Maxim sogar prediktet. Ja, es funktioniert ja auch. Ich mein, der steht 5-0. Hallo? Aber Gin Jungle... ...wann hart. ...durch, wenn Du bist. ... 응. Ich hab's noch nie. Duweif' auch noch was. Ich bin mit dem Komplett. ...Durch, warte. Da ist bei mir mal. Ich bin mit dem. ...Durch. Und ich bin mit dem. Nom 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 nom. Nähn sich magisch rohört ja sehr mit dem nom 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 nom. Ich meine, der Engage von Attacan ist nicht schlecht, ne? Von Jyn, durch das Rooten, aber hat er jetzt bis jetzt auch noch einmal getroffen und dann habe ich einen Panic Flash gemacht und gut war. Ich bin schlub, um ihn zu schlub, um ihn zu schlub. A triple kill einfach. Das wäre der Interviews. Nice. Ja, der hat gehört, dass wir gesagt haben, das wird ein Fail. Oh Mann, das ist voll gemein. Er poked mich eigentlich einfach nur runter. Bitte. No, 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 no. Ja, wirklich. Ich weiß gerade nicht, was ich verkaufen soll. Wer wird in dieser Gesamtsituation überfordert? Das ist voll der Bulli. Nope. Stopp. Alter. Ja, ich bräuchte vielleicht ein bisschen Hilfe mit diesem Monstrum. Ich habe kein Interesse, den zu feeden, aber der hat halt besseren Farmen als ich und alles. Geil. Meine beiden Boys kommen jetzt. Wärst du zu S-Rod of Ages gegangen? Geht du auf Erlangen, Clive? Den wirst du überleben. Ja. Ja. Oh, Gott. Geht du auf! Okay, nur weil ich gesagt habe, ihr müsst mir mal helfen. Heißt das nicht direkt, dass ihr alle euer Leben geben müsst? War denn nochmal Rot of the Ages? Rot. Kann ich so ein Zoom-Rot machen? Ich habe... Weißt du, als mein Fehler gemacht hat? Ich habe den Fehler gemacht. Ich habe das mit gerade, ähm... Rilias, Rilias, Rilios verwechselt. Naja. Ich bilde halt jetzt mega eigenartig. Ist ja auch okay. Ich bin natürlich professionelle Diana-Spielerin. Das ist kein eigenartiger Bild. Das ist einfach nur, ähm... Okay, die Mitte hatte eine Wand. Ja, die Wand, die hat uns ein bisschen rausgeholt. Es war auch... Klar, dass es jetzt vor der Suicide-Move wird von mir, aber... Ich habe zwei Leute getötet und... Es haut mich vielleicht ein bisschen... Das kann man aber auch leicht dodgen, ne? Oh, Gant! Hm, what you say? Warum hat Gant eigentlich... Gant, warum hast du keinen Ward-Skin? Huuuuhh! Ja, genau. Schön gemacht, Gant. Gant für Yorah. Ich meine, ich habe sie, glaube ich, auch ein bisschen gefeatet. Sorry. Ich sollte mich vielleicht mal ein bisschen auf der Lane... Ein bisschen bewegen. Und die ganze Zeit nur auf meiner Lane hocken. Gerade wenn zum Beispiel die Top-Lane mit... Yorah ein bisschen Trouble hat. Ein Kill habe ich ihr tatsächlich gegeben. Das tut mir auch leid. Und den anderen... Daran bin ich zumindest nicht schuld. Wir haben Spaß mit Shogart. Okay, ich wieder... Ich sollte mich ein bisschen bewegen. Ja, ich bewege mich und dann... Ups! Mein Gott, musste ich mal flashen eben. Aber hey! Ist okay! Ist okay! Ist okay! Mein Gott! Dieses verdammte Gauntlet-Ding, ne? Gervt. Ah! Naja! So, jetzt kaufen wir uns einfach Rod of the Ages und dann dieses Item. Dann haben wir auch ein bisschen mehr AP. Und dann gehe ich einfach mal auf die Top-Lane, weil Jason gute Arbeit in der Mitte gemacht hat. Den Farm habe ich immer noch nicht eingeholt, aber Kills, ne? Die Kills, ich mache es halt leider gerade auch tatsächlich so, dass einfach über die Kills erst Fienden und dann auch noch meinen Farm. Mit zwei Kills ist Tode. Ja. Ich habe ein bisschen Angst hier, weil ich überhaupt gar keine Zeit auf dieser Lane habe. Den gehe ich jetzt auch lieber, aber ich weiß nicht, wie ich Hörer einzuschätzen habe. Nur ein Scherz. Ich weiß doch, dass das ein Scherz war. Keine Ahnung, wo Fiora ist. Wir gehen jetzt aber mal Grump auf unserer Seite eben töten. Dann kann er wieder hoch gehen oder nicht. Bleibt er in der Mitte? Dann gehe ich wieder hoch. Wenn er in der Mitte bleibt, dann gehe ich eben wieder hoch. Okay. Let's crank. Okay, ja. My bad. Nein, das war... Ich hätte einfach direkt von Anfang an auf diesen Ping hören sollen. Das war einfach richtig dumm. Dumm, dumm, dumm. Dann sind wir mal ein bisschen schneller unterwegs. Brother of the Ages habe ich jetzt. So. Hier raus sowieso das hier und dann mache ich raus das hier und dann das. Sorry. Das war echt mein Dummerfehler. Vielleicht soll ich hier halt selber bleiben. Gehend! Gehend! Well, I pretty much killed me, though. Aber ich mag die Teamkombination sehr. Also es ist keiner so, dass irgendjemand anderen ans Bein pissen wollen würde. Well, I appreciate this. Ja, bleib halt stecken. So und so. Das ist ja schon, ey. Ich hab Hunger. Es gibt auch einen Sieg. Ich kann das schon riechen. Naja, wir haben ein bisschen... Nein, ich bin ein Justizig. Oh, nee. Das amigo. Ah, nee. Wow, ein Minion. Da war übrigens ein Ward drin. D I will be here. An enemy has been saved. You are saved in an enemy. Ah! Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Es ist okay. Wir sind nicht. Ich kann nicht turnen. Ich kann nicht turnen. So, jetzt habe ich mir mal eben den Blue-Buff gegönnt. Können wir auch schon direkt einen Mogalikon holen. Es läuft unter eurer Anleitung eigentlich recht gut, würde ich glauben. Knappe Kissen. And when he needs to hook, he is not there. Ich habe den Farm fast eingehoben. Ich werde nur die Tür. Ich werde nur die Tür. Ihr Team hat die Tür. Hm. Absuche, rennen! Ah, naja, egal. Wir haben genug Zeit gekauft. Wir haben genug Zeit dadurch gewonnen. Es ist okay. Ich kann damit leben. Ja, ja. Ja, ja, verstanden. Lass mich ruhig sterben. Ja, ja. Naja, alles gut. Ähm, hatten wir letztens in einem YouTube-Video Malitz hat doch keinen Haken. Er kann nur grapschen, das Ferkelchen. Echt? Ach, ja, stimmt. Naja. Yummy. Ja, nee, ist das so? Ist das welcher Drache? Ist das jetzt? Cloud Drake? Mountain... Der sieht aus wie Mountain Drake. Seien wir mal ehrlich. Rhetor's Missing Heaven Mana. Ach, der ist ja cool. Die sind alle irgendwie cool, die neuen Drachen. Ja. Out of Convent Movement Speed, Damage Shaping Monster Hunter. Also ist der Cloud Drake eigentlich so eher der... Spooderman! So, 1700 habe ich Full-Build. Nicht schlecht. Aber ich sterbe immer so unnötig. Und ich hätte irgendwen da gerade töten können. Hätte ich einfach. Tue ich aber nicht, weil... Keine Ahnung. Wissen Sie, ich bin so langsam. So. Das war's. So, wir kommen zurück, mein Lieber. So, wir kommen zurück. So, wir kommen zurück. Oh, Justin. So, wir kommen zurück. 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 Hier.